Ja, also dieser Sieg hat es nochmal verdient, Revue passieren zu lassen oder sich nochmal vor Augen zu fühlen. Allein schon das Tor vom Edgar Pripp. Ein Freistoß. Also ihr seht, wie man manchmal so ein Spiel eröffnen kann. Und das war richtig stark noch kurz vor der Halbzeit. Und die Dortmunder überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Hier sehen wir auch mal gleich die Schwächen bei den Dortmundern. Hier ist zum Beispiel ein FGD Markiev. Sagt mir schon irgendwas der Name. Ist ein talentierter Russe. Aber für die Dortmunder Mannschaft in der 77. Frisch verpflichtet wahrscheinlich. 2014, alles klar. Ja, hier sieht man es. Noch gar nicht im Spiel drin. Für 10 Millionen geholt. Baut tierisch ab. Dann haben wir hier noch einen, der war auch richtig schwach hier. Der Juvilouf. Kennt man gar nicht. Hat eine 80. Ist ein Holländer. Aber Juvilouf läuft anscheinend auch nicht so richtig. Auch eingekauft für 15 Mille. Ihr seht, das Mannschaftsgefüge stimmt da einfach nicht. Die Abwehr ist überhaupt nicht eingespielt. Und das ist brandgefährlich. Ein Squilatti Franzose. 34 Jahre alt. 2,1 Millionen wert. Von 2,8 Millionen. Spielt schon ein bisschen länger jetzt bei dem Dortmunder. Aber wo sind sie alle hin? Die bekannten Verteidiger ist keiner mehr da. Der Kai Schmidt. Das ist natürlich auch nichts. Wer soll das sein? Mit einer 70 im Dortmunder Kader geht er ja auch gnadenlos unter. Ja, und das ist es halt. Da kann ein Götze auch so viel tun, wie er will. Und ein Großkreuz. Das reicht dann einfach nicht. Und wenn wir einen Kagawa so gut aus dem Spiel nehmen, wie das Maher heute gemacht hat. Alles in Ordnung. Oder hier Burishuik. Ihr seht das. Das sind alle Spieler. Der hat zwar eine 75. Aber so richtig kam der gar nicht ins Spiel rein. Das ist alles nicht so wirklich rund, was dort gelaufen ist. Das beste Spieler bei uns war Stilic. Finde ich klasse. Obwohl er gar kein Tor gemacht hat. Aber ganz, ganz solide gespielt. Und ich habe ja gesagt, er hat wesentlich mehr Ansätze an, ja, eines Julian Draxler, wie jetzt eines Steffen Hofmann, ne, mittlerweile. Also muss man ganz klar sagen. Und sich eingestehen. Passt. Einfach super. Sehr schön, dass Maizia getroffen hat. Umso schöner, dass Terrazino getroffen hat. Und für Prip gefällt mir das auch. Und gibt mir ja auch so ein bisschen recht, ihn drin zu lassen. Aufgrund seiner Stärke. Gerade bei Eckbällen oder auch, ja, oder auch bei Freistößen. Wir sehen auch mal zurück. Das Tor von Müller war auch nach einer Ecke, ne, gegen Frankfurt. Also alles mal so ein bisschen, ja, im Verhältnis sehen. Da ist es schon ganz hilfreich. Wir sind mit, wir rutschen wieder auf Platz 7. Haben jetzt 19 Punkte, liebe Leute. Also das sieht da richtig stark aus. Sind somit jetzt 9 Punkte, also 3 Siege von den Abstiegsplätzen entfernt. Und das gibt schon so ein bisschen Sicherheit. Ja, ihr seht schon, ich gucke eher nach unten als nach oben. Ist aber auch einfach dahingehend geschuldet, dass die Mannschaft nach wie vor einfach aus so ein bisschen getragen wird. Von der Euphorie und von der guten Form, die momentan auf den Platz gebracht wird. Und das finde ich ganz, 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 ganz stark. Richtig geil. Macht Laune ohne Ende. Und wie ich auch schon im 3D-Spiel gesagt habe, kann das eine sehr, sehr geniale und geile Saison werden, ne. Wie gesagt, Ziel ist es hier. Platz 9. Auf dem befindet sich momentan die Mainzer. Und wenn das so weitergeht hier, sieht das doch richtig gut aus dafür, ne. Sehr schön. So, ich wette Freiburg steigt nicht ab, sagt Tobias Husterer von Mainz. Und ich würde sagen, wir, würden wir jede Woche so spielen, wäre unsere Leistung nicht so schwankend. Ja, das stimmt schon. Aber gut, äh, was willst du erwarten? Es schafft, Stilic schafft es. Schade, ich hätte gedacht, es schaffen ein bisschen mehr gegen so einen starken Gegner. In die Elf des Tages. Aber gut, zumindest mal Stilic, der ist auch, glaube ich, mal zum ersten Mal nominiert worden. Hier sieht man es auch, ja, einmal. Sehr schön. Dauergast momentan ist Ron Vlaher von den Hamburgern. Wäre ja auch ein Kandidat für uns, ne. Wenn wir uns besser qualifizieren sollten wie die Hamburger. Wäre das nochmal so ein Spieler. Gut, da haben wir aber schon einen erfahrenen Bittroff. Bittroff würde ich ganz gerne da so lange laufen lassen, bis wir in der Jugend einfach was Besseres haben. Ne, klar. So, Modibo Mahijan. Sechs Tore mittlerweile. Heute eins geschossen, drei Vorlagen. Also Scorer-Punkte neun. Sehr schön. Befindet sich in den Top 20 zumindest etwas. Könnte noch ein bisschen besser sein, aber zumindest etwas. Hier Lewandowski und Kagawa. Da sind sie. Aber bringen tun sie nix. Hier Kagawa. Nicht mal Vorlagen. Äh, doch, fünf Vorlagen. Alles klar. Zwölf Scorer-Punkte, wenn wir nach Punkten gehen. Ja, da sind eine ganze Menge Leute vorne. Alles klar. Wo ist denn Terrazino, der Klappstuhl? Wo ist er denn, der Knallkörper? Die Lige ist sogar noch vor Terrazino mit vier Punkten. Deniala mit vier Punkten. Vom Müller mit drei. Stelins mit zwei. Pogba und Terrazino kommt mit zwei Toren gerade mal da hinten. Ja, klar. Interessant. Richtig interessant. Gut. Alles klar. Und tschüss mit den Berlinern, würde ich mal sagen. So. Hannover 96 ist mit 29 Punkten im Soll. Das heißt, 29 Punkte, das ist auch schon ordentlich in der zweiten Liga. Die haben wir ja geschlagen. Wir gucken mal rein. Hannover führt da die Tabelle an. Mit Pauli. 29, 28, 25. Die drei Top-Mannschaften mit Ingolstadt sogar noch am Start. Und Hansa Rostock arbeitet sich hier stark nach oben. Auf Platz vier. Das ist ja mal sympathisch. Stelins ist ausgefallen. Oder das ist schon wieder vorbei. Alles klar. Mannschaft der Woche. Stelins müssen wir mal ein Lob aussprechen, oder? Wie seht ihr das? Sehe ich nämlich genauso. Super letzte Spiel, mein lieber Semir. War ja von mir auch ein absoluter Wunschtransfer. Und ich wurde auch gefragt, es prippt nach wie vor ein Wunschspieler und Wunschtransfer. Ja, absolut. Für das Geld, was wir ihn geholt haben und wie er sich seitdem der Mannschaft dienlich war. Er hat im defensiven Mittelfeld gespielt, war am Aufstieg extrem beteiligt. Er spielt jetzt schon die zweite Saison in der Bundesliga regelmäßig und hat auch gar kein Problem, die Position zu wechseln. Dann mussten wir nicht extra Geld investieren. Also Edgar Pripp ist im Großen und Ganzen überhaupt gar kein Fehleinkauf. Ganz im Gegenteil. Und er war zu dem damaligen Zeitpunkt ein Wunschspieler. Klar, in der Bundesliga ist das Geschäft einfach härter und die Konkurrenz auch wesentlich größer. Und es ist klar, dass man sich da weiter orientieren muss. Und dass dann auch noch hinten Jungs nachkommen, wie jetzt der Kliche. Deswegen sehe ich ihn nach wie vor, wie gesagt, als absoluten, ja, guten Spieler für unsere Mannschaft. Ja, Stili setzt auch mal im Marktwert ordentlich zu. Ihr seht, für 1,4 Millionen haben wir ihn gekauft. Ist jetzt schon 2,2 wert. Und der Gute ist ja erst 27. Deswegen ist er auch von mir so ein Wunschtransfer gewesen. Deswegen habe ich da auch mal 1,4 Millionen in die Hand genommen. Weil ich ihn einfach gut finde. So, sieht's aus im Schubgeschäft. Alles klar. So. Giorgio interessiert mich persönlich, ehrlich gesagt, gar nicht. Und mich interessiert einfach nur das letzte Ergebnis. Das war nämlich super. Jetzt müssen wir uns aber mal vorbereiten auf die nächste Mannschaft. Und zwar Freiburg. SC Freiburg. Wieder zu Hause gegen... Wir spielen zu Hause im Wipperstadion gegen Freiburg. Diesmal wieder Textmodus, würde ich sagen. Um ein bisschen die Abwechslung zu schaffen. Maisha würde ich ganz gerne mal so ein bisschen hier was an die Hand geben. Körperlich noch ein bisschen stärker werden. Das wäre einfach interessant, oder? Das macht er sehr schön. Der Pogba. Ja, mit dem könnte ich auch jeden Tag sprechen. Mit Pogba könnte ich mal einen Club-Up machen oder so. Was gut trainiert, sage ich ihm einfach mal. Das hört er ja gerne, wahrscheinlich. Bittrop fühle ich mich auch. Damals von Koppus geholt. Ebenfalls eine super Entwicklung. Rennt mittlerweile auf einer 74. Brip hat momentan auch Höchstwerte mit einer Form von 12 auf 66. Also richtig stark. Zwar ist seine Grundstärke jetzt schon vollkommen erreicht. Schade, dass die Grundstärke da schon so hoch ist. Wir gucken nochmal Trainingsziele. Ja, er übt ja noch ein bisschen Ecken und Freistöße. Das ist schön. Ist auch wichtig. Wie ihr seht, das bringt es auch dann, wenn man so einen Spieler hat. Das nochmal ein bisschen mit zu trainieren. So, Spielergespräch mit ihm. Nochmal super letztes Spiel. Für sein Tor lobe ich ihn. Ist ja klaro. Und mit Fromlowitz habe ich lange nicht mehr gesprochen. Der so ein bisschen von der Form abbaut. Was ist denn da los, mein guter? So gut trainiert. Alles klar. Sehr schön. Ja, Form müsste nochmal ein bisschen kommen. Der gute Fromlowitz. Aber auch eine 76. Muss man sich mal anschauen. Wäre ja an der Stelle mal interessant, wie bewertet unser Kader ist mittlerweile. 30 war er am Anfang der Saison. Jetzt sind wir schon auf 37 und es geht weiter voran. Super Ergebnis in den letzten drei Spielen. Keine Punkte wiegen gelassen. Insgesamt sieben Punkte mitgenommen. So kann es natürlich weitergehen. Drei Spiele, sieben Punkte. Das ist schon bald Bestwert. Knazi. Ja, Knazi ist so kritisch. Aber gut, im letzten Spiel sah es ja ganz ordentlich aus. Das sah ja ganz ordentlich aus. War ja jetzt nicht Totalausfall. Okay. Ja, wir spielen gegen Freiburg. Ich würde bald sagen, da taktieren wir genauso wie zuletzt. Wenn wir so gegen Dortmund, wie wir da gegen Dortmund gespielt haben. Äh, vergleichen wir doch mal die Mannschaft. Schlau drauf, Sissé. Oh. Ja, da müssen wir uns ein bisschen mal auf Pogba verlassen. Und ich würde sagen, mal her, packt sich wieder, äh, wieder einen Einzelnen schlau drauf, nämlich. Und dann beobachten wir das Ganze mal. Ja, da sieht man mal eine Mannschaft, ne, die durchweg eine 70 hat. Da will ich ungefähr hinkommen. Weil dann kannst du schon ordentlich arbeiten mit den Jungs. Das ist geil. Aber bei uns entwickeln sich ja auch alle dahingehend, ne. Also ganz klar. Maisha ist ungefähr auf dem Niveau von einem Sissé. Klar, nicht von der Ausbeute, aber zumindest von, äh, von der Veranlagung, würde ich bald sagen. Wie alt ist denn der Sissé? Ist das ja schon 30, ne. Da sind ja auch Welten zwischendrin. Maisha könnte mir nochmal als Trainingsziel einfach mal Torricher. Hat er ja schon drin, ja. Alles klar. Dann soll der mal hier bitte 100% üben. Ja, sehr schön. So, den haben wir gekauft. Wie viel haben wir ihn gekauft? Für 3,5 Millionen. Der baut ein bisschen ab, weil er nicht trifft. Ja, das ist verständlich. Das ist verständlich. Aber er ist so kostballstark. Da müssen wir mal schauen, ob wir da nicht irgendwas draus machen können. Ein bisschen mehr mit Flanken füttern. Eine Million, auch einer der höchst, also einer der Topverdiener bei uns. Ja, da könnte ein bisschen mehr kommen. Für 3,5 Millionen Ablöse, ne. Also da könnte ein bisschen mehr kommen. Müssen wir mal ein bisschen in die Pflicht nehmen, langsam. Knasi war günstig im Vergleich. Ist 7,3 Millionen Euro wert und haben wir geholt für eine Million. Knasi ist eigentlich von der Veranlagung der beste Spieler bei uns, würde ich bald sagen. Aber gut, er hängt ein bisschen hinterher. Aber er kommt langsam. Jetzt hat er schon die Erfahrung bald an dem Punkt. Er ist erst 22, also noch ist noch alles im Lot bei ihm. Ist noch alles, alles Rotscher. So, sehr tolle Mannschaft insgesamt. Es war ein extrem junges Mittelfeld, ne. Klar, aber wird so ein bisschen in den Rahmen gerückt hier von dem Stilic. Und natürlich auch unsere Innenverteidigung ist relativ jung. Müller aber schon mit einer 26, also mit 26 Jahren. Das geht ja eigentlich schon. Guldi wird ihn wahrscheinlich so ein bisschen überholen auch noch von der Stärke. Müller steht auf einer soliden 70 und finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ne, also an ihm ist doch auch nicht rütteln, oder? Ablöse frei geholt. Es spielt schon Ewigkeiten bei uns. Und wird wahrscheinlich auch beim Karlsruher SC seine Karriere beenden. Spielergespräch mit ihm. Du hast gut trainiert. Ein bisschen mehr Verantwortung könnt ihr übernehmen, ja. Macht ihr das? Ich mache meinen Job, die anderen sollen ihren machen. Ja, schwierig, ne. Das ist schwierig. So. Wir müssen noch ein bisschen reingucken, Leute. Was es allgemeines so gibt. Ob wir was Wichtiges vergessen haben. Mentoren verteilen. Ja, alles klar. Wir geben mal Assistenten hier weiter. Grabowski braucht einen neuen Mentor. Das machen wir doch eben mal fix, oder? Den geben wir dann Fasli. Bevor der verkauft wird. In der B-Jugend sieht auch alles halbwegs in Ordnung aus. Ähm. Huxala. Spielerinfo. Und zwar bei Details geben wir ihn auch nochmal ordentlichen, ordentlichen Mentor. Haben wir dann keinen hier? Doch. Schubert. Du weißt ja geil, wer Schubert ist. Aber er ist nun mal da. So. C-Jugend. Da wäre dann noch Stefan Schulte. Hoffentlich wird auch mal ein etwas größerer. Dem geben wir mal her. Pogba als Mentor. Dann kann das ja nur gut werden. Dann kann der Schulte ja nur gut werden. Ist jetzt aber auch schon 13. Naja schon, das heißt schon. Hier sind auch ein paar Superstars dabei. Willkommende. Martin Grun zum Beispiel. Viele, viele Türken haben wir da nationalmäßig. Da haben wir die Chance dabei, dass sich daraus einer mal etabliert wird für die Nationalmannschaft oder so. Sehr interessant vielleicht. In der B-Jugend sieht das ähnlich aus. Schön. Insgesamt sehr, sehr cool. So. Verein. Wir gucken mal ein bisschen Sponsoring rein. Dann geben wir noch unseren Sponsor mal hier ein bisschen Zeug. Das ist immer ganz wichtig. Nicht vergessen. Meet & Greet mit aktuell dem Superstar Pau. Ne, mit unserem Knasi. Der ist ja einer der Nationalspiele. Der macht das auch ein bisschen Sinn. Ist doch interessant denn für den Sponsor. Namensrechte. Da sind wir mal so. Sponsorpyramide. Müssen wir jetzt ausbauen. Bandenwerbung. Ja, Baukosten. Da wollte ich bei den Finanzen nochmal so ein bisschen rumtaktieren. Geht noch nicht. Geht noch nicht. Ich soll ja an die Börse gehen, sagen ja alle. Börsengang geht noch gar nicht. Ne, geht noch gar nicht. Keine Schulden und keine offenen Kredite. Ich könnte 22 Millionen einnehmen. Aber das ist doch nichts wert. Was soll ich damit einnehmen? Ich kann doch auch einfach so erarbeiten, das Geld. Scheiß Aktien. Premiumzahlungen. Ja, Premiumgröße. Es ist einfach hier. Spitzenverdiener ist. Frommler wird verdient. Das meiste Geld. 1,1 Millionen geholt haben wir ihn. Für 700.000 ist 3,3 Millionen wert. Aber er ist auch so ein Kandidat, den wir eigentlich halten wollen, oder? Also das ist ja auch so eine Position, warum wir jetzt den Torwart aufgeben. Wir haben einen guten Reservetorwart, den wir langsam ausbilden, den wir kommen lassen. Also warum denn ihn jetzt da absägen wollen. Hier Kevin Holstein, 17 Jahre jung. Also wenn der 20, 21 ist, 3 Jahre ist, Frommler wird es erst 31 und kann immer noch gut spielen. Also alles im Lot. Für ihn natürlich jetzt ein bisschen schwierig, aber er trainiert mit der ersten Mannschaft. Was willst du mehr als zweiter Torwart? Das ist einfach so. Es passt aber alles. Bin ich sehr zufrieden. Also an vielen Positionen sind wir doppelt besetzt und auch gut besetzt. An manchen Ecken habe es noch ein bisschen. Da würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen dran arbeiten, ein bisschen dran drehen. Aber ansonsten kann man mit der Mannschaft etwas erreichen, weil das Potenzial einfach da ist. Gut, okay Leute. Mal ein bisschen weiterkommen, ne? Ich quatsche wieder alles hier an die Wand. Jetzt kommt doch der erste Spieltag. Gegen SC Freiburg. Leider geil. LED unterm Bett, LED unterm Schrank, LED unterm Sofa. Leider geil. So. Ich nehme mal einen Schluck von meinem schönen Schorle. Meister Liga ist noch nicht interessant. Gucken wir uns alles erst im neuen Jahr an, wenn es dann an die K.O.-Runden, kompizierungsweise in die, äh, nach den Vorrunden geht. So. Warum sind die Fußballtrainer geworden? Das Thema hatten wir schon häufiger, ne? Ja, mit dieser tollen Mannschaft trainieren zu dürfen, das stimmt auch wirklich. Es macht echt Spaß. Mit der Community und dieser geilen Mannschaft. Ja, das ist die Mucke vom SC Freiburg. Lügt uns ja gar nicht, denn wir spielen ja zu Hause im Wippackstadion. Unsere Fans sind, glaube ich, mal auch richtig geil drauf. Da können wir auch mal ein bisschen bei den Fans rumeiern. Und zwar Merchandising. Da drunter lasse ich ungefähr. Marketing-Kampagne. Aha, okay. Fans. Äh, Meinungsumfrage. Wer ist für dich der Spieler der Saison? Bittroff. Oh. Und dann Müller und dann Stelens. Ja, man sieht's, ne? Beliebteste Spieler bei den Fans. Terrazino, Müller, Pogba. Pogba rutscht extrem nach oben, ihr seht's. Mit 80 Punkten. Ein Müller ebenfalls, Stefan Müller, weil er schon lange im Verein ist, ne? Und Marco Terrazino ist ja auch schon eine ganze Weile im Verein. Und hat ja auch einen ganz, ganz riesengroßen Anteil an dem starken Saisonaufstieg, ne? Also Erstliga-Aufstieg in der zweiten Saison. Ich bin stolz auf unsere jungen Spiele, sagt Astrid aus Karlsruhe. Einen Stadionbesuch mit der ganzen Familie können wir uns nicht mehr leisten. Na, hallo, geht's noch? Wir werden bei den Fanartikeln ausgenommen, sagt Michael S. aus Karlsruhe. Und ich finde es gut, dass die im Training so viel rennen müssen. So, ja gut, ich meine, die Preise sind ja noch lang nicht da, wo wir hinwollen, ne? Das ist nun mal so im Fußball, ne? Das kannst du leider nicht ändern. Ja, 16 Euro Eintritt, das ist halt eben keine zweite Liga mehr, ne? Und das ist sogar noch günstig, wenn man mal ehrlich ist. Gucken wir mal rein hier, ja. Wir kriegen das noch nicht mal auserkauft, das Stadion. Na, mal gucken nach der Saison. Ich geh mal ein bisschen runter. Lass ein bisschen mehr Leute reinkommen. In die Haupttribüne, gerade vor allem in die Haupttribüne. 32 Euro mache ich da mal. Hier 21, da 26, 21. Dann kriegen wir das Stadion zumindest mal voll. Ansatzweise. Und auf 15 Euro mal. Weil sonst lohnt es sich ja auch nicht, wenn das Stadion immer leer ist. So. Alles klar. Letzte Saison Zuschauerschnitt 26.000. Diese Saison nur 21.000, ne? Das muss ich mir mal vorstellen. Weil wir ein bisschen an der Preisschraube gedreht haben. Da muss mehr kommen, alles klar. So, Meet & Greet. Sehr schön. Wie wird es denn angenommen? Wichtige Vertreter ihres Hauptsponsors fanden es sehr spannend, Christoph Knaßmüller persönlich kennenzulernen. Ihr Status beim Sponsor ist gestiegen. Der war aber auch so schon relativ hoch. Und dafür gibt es gleich nochmal eine Siegprämie von 43.000 Euro gegen SC Freiburg. Ming aber zahlt sich aus. Emre Can fällt aus. Oberschenkel, Prellung, Datenbank aktualisiert. Jugendspieler reichen, Trainingsziel. Can ist wieder fit, aber wahrscheinlich ein bisschen geschwächt. Holen wir mal eben rein. Ja, eine L. Ja, interessant. Ich würde ganz gerne noch die Siegprämie hier reinpacken. Wenn die nämlich 40.000 ausgeben, dann nehmen wir nochmal 25 mit. Das können wir uns mal leisten. Gegen Freiburg wäre das natürlich ganz, ganz stark. Die sind nämlich momentan... Wir gucken doch mal rein in die Tabelle, wo die sind. Denn wir spielen Textmodus, haben wir gesagt. Gegen Freiburg gegen Tabellen letzten Jahr. Da geben wir uns mal wieder Textmodus. Da bin ich mal gespannt. Wie haben wir gesagt, wir sollen nicht so defensiv auflaufen. Ja, ne? Es macht bald Sinn. Äh, Passspiel. Mal ruhig ein bisschen direkter. Die Abwehrreihe ist tief. Also, die Pressing überall machen wir mal. Da brauche ich keine Siegprämie von so viel Geld ausheben. Ah, die sind Tabellenletzter, Mann. Oh, Gott. Na gut, wir werden es ja sehen. Wenn wir da wieder so schwächen, wenn wir gegen Dortmund gewinnen und gegen Freiburg verlieren, dann werde ich langsam echt den Glauben an dieses Spiel. Bis gleich.